so da sind wir wieder ein kleines land nach dem flügen kommt wer hätte das gedacht drilln komischer wiese hello auf geht's muss er sich aber jetzt doch ein bisschen das schafft er muss er schaffen da muss er durch bis dass wir uns den anderen fan leisten können den 900er aber solange muss er das hier machen das nützt alle nix da muss er durch ich habe meinen scheinen beschämmer nicht rausgekriegt habe ich jetzt schon gesagt merkwürdig sehr merkwürdig es ist alles etwas komisch das dürfte ja relativ schnell gehen hier ich habe ich kalte pfoten ich weiß auch nicht irgendwie ist das wieder ungemütlich heute ohne ungemütlich aber kannst du halt machen nix da musst du gucken zu komm ich da jetzt rum oder bleib ich an der begrenzung hängen wir tun uns etwas schwer aber wir kommen rum ich weiß einfach nicht wo der knopf sitzen sollte für ach guck mal hier haben wir ja auch noch was was haben wir denn da aua ach der olle baum da war ein baum im weg ein baum im weg kommt denn da hin immer dieser grüne das hast du davon hier diese ganzen von den grünen überall setzen sie bäume hin stehen nur im weg die digga ist ja unglaublich dem weg nee 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 wo soll das noch hin führen wir werden demnächst von bäume regiert oder so wir werden demnächst von bäume regiert oder so wir machen mal eben gucken hier ne ne das hat was mit licht zu tun Das ist nix, ist nix, ist nix. Verdorri, da muss doch, irgendwo muss doch noch der ... Ach Menno, worum geht denn der nicht aus? Ich hätte jetzt immer auf den getippt, aber ... Das wär ja sinnvoll. Da verändert nur ... Auch nicht so doll ... Das ist die Innenbeleuchtung. Ne, ne ... Ne. Damit fahren wir den nämlich raus, genau ... Den können wir ... Ja ... So, einschalten, umschalten. Und dann fährt der wieder ... Ja, damit fährt der halb rein. Genau. Da macht mich echt ... Ne. Normal müsste dann hier irgendwie noch oder so oder wie ... Aber ist ja nicht. Da ist das Lenkrad hoch ... Da ist die Handbremse. Die machen wir erst wieder los, ist klar. Das ist der Lenkrad-Knauf, das ist der Schlüssel. Hier geht nur der Sitz so halb rum, das wollen wir ja auch nicht. Da kann ich nur die Anzeige hier umstellen. Also irgendwie sind die beiden überall, hab ich das Gefühl ... Ja, aber sonst hab ich hier noch nix. Ach, Menno. Das ist doch für den Pinori hier ... Den scheiben wir schon halt nicht aus. Das ist sehr ärgerlich. Hm ... Na ja, weiß ich auch nicht ... Weitermachen. Was war das Fenster ... Das ist schon doof, ne? Möchte ich mal so behaupten. Das ist ja das Handy ... Hm ... Ach, Mann ... Nee, nee, nee ... Tu das den Note ... Verschlürt mir die ganzen Wischblätter ... Das sind ja kaputt ... Das sind ja kaputt ... Ne? Das mögen die nicht, wenn die so über die trockenen Scheiben rubbeln. Das geht kaputt ... Och, Mensch ... Tu das Note ... Das hat hier so rum oxidiert ... So ... Guck es ... Hm ... Und immer noch sind die Hände kalt ... Ich glaub, ich geh in den Wiener Wald und hau mir so ein halbes Hähnchen in ... Ne, ist egal ... Lassen wir mal lieber ... Glaub, gibt's gar nicht mehr, ne? Wiener Wald, Hähnchenberaterei ... Ich glaub, da gibt's gar nicht mehr ... Ich weiß, das ist mal hier in Münster hier, ne? Am Bahnhof, da gab's mal ne Wiener Wald ... Dingens Restaurants ... Aber das Ding ist schon ewig nicht mehr ... Aber da haben sie eh alles umgerissen ... Der ganze ... Der ganze Bahnhofstrakt, der ist alles neu gebaut ... Da bin ich halt ... Bin ich da gar nicht gewesen ... Kenn ich gar nicht, wie das jetzt ist ... So ... Den Morg-Wi-Ut ... Dann heben wir den hoch ... Und klappen das Zimmer ... Dann ist ... Fertig ... Und jetzt müssen wir zu unserem ... Nächsten Feld ... Ole, 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 ole ... Diesen Wind ... Da fällt bestimmt noch Schnee ... In einer Rechtskurve überholen ... Ist das nicht geil ... Aber ich hab ja Radauleuchten an ... Diese Paniklampen ... Da geht das ... Okay, jetzt können wir diese Rechtskurve so richtig Schumacher-mäßig nehmen ... Also, Michael Schumacher ... Der eine oder andere wird ihn noch kennen ... Aber da ist ja nur so lange auch noch nicht her ... Aber da wirst du auch nicht gewabbert mit dem ist ... Was auf eine Art ja auch richtig ist ... Okay, der mobile Futtermischer hier rechts ... Also haben wir vorbeigefahren ... Ja, das lohnt nicht mehr ... So ... Guckstuh ... Dann fahren wir jetzt hier rein ... Und auch hier werden wir Soja hinsetzen ... Weil Soja ... Nein ... So ... Ja ... Bringt ja Geld ... Äh ... Doch ... Machen wir ... Das machen wir so ... Ob es richtig wird ... Ob es richtig wird ... Oder ob es ... Eine Jacke anziehen ... Könnte vielleicht helfen ... Oder ein Eis essen ... Ja ... Der Preis ist Eis ... Oder so ... Ach ne ... Wie hieß ... Ne ... Habe ich jetzt was verwechselt ... Da habe ich was verwechselt ... Aber es ist egal ... Im Endeffekt ist es egal ... Oh ... Oh ... Wie hieß ... jetzt wieder. Ach, diesen ollen scheiß Zaun hier. Der Zaun, der Zaun, das ist vielleicht ein Clown. Ja, hier müssen wir eben wieder so frei Schnauze. Weil sonst bleiben wir nämlich wieder an den Bäumli hängen. Das mögen wir nicht. Bisschen groß die Drille, aber ich habe keine andere Multifrucht gefunden, die auch düngt. Leider nicht. Rum, rum, rum. Rum mit dem Pfund. Also ich hätte gerne die Vorderstädt gehabt, 6 Meter, als Multifrucht und die auch dann düngt. Als Multifrucht habe ich die, aber die düngt nicht gleichzeitig. Das finde ich da nicht ganz so schön. Verstehst du? Weil ich neige dann dazu, dass die 2. Düngevorgang dann nochmal so gerne zu vergessen. So, fahren wir hier nochmal hoch. So habe ich die Felder nämlich vor dem Pflügen einmal gedüngt. Geflügt. Und wenn jetzt hier beim Drill nochmal gedüngt, dann habe ich 100%. Einen Arbeitsgang so mehr oder weniger gespart. Weil ich bin nämlich faul. So, dann machen wir aus. Das machen wir aus. Heben wir an. Falken zusammen. Mach die Radauleuchten an. Ich fahre sofort hier auf meinen Weg hier. Das Gedöns, das stellen wir mal hier hin. So, das lasse ich mal eben da stehen. Oh mein Gott, meine Nase. Meine Hände kalt, Nase kalt. Ich glaube, wir kriegen Winter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Aufträge. Fels 6 ernten. Woran war denn Fels? Ach, was mache ich denn wieder für Scheiß? Fels 6 ist da. Da steht Raps drauf. Oh, was machen wir da doch. Ich drücke immer so viel falsch. So, dann starten wir uns jetzt hin. Den Drescher. Und Tuckern nach Fels 6. Noch mal auf Coddy gucken. Da, Coddy. Der muss da hin. Ja, das habe ich begriffen. So, dann gucken wir mal. Ich würde da hinkriegen. Ingel, die Bums, Inks, Dings, hast du ja nicht gesehen. Wieso zeig ich der Drescher aus? So, siehst du. Übrigens kann man das sehen. Nur mal ein Schild dran. Und auch der Nummernschild dran, da unten. Hm. Weil es gibt ja diesen Nummernschild Mod. Bei Mod Hub. Und da kannst du an deine Standard Maschinen. An vielen zumindest. Und aus den Maschinen, oder bei den Maschinen aus den DLCs. Kannst du an den Nummernschilder antackern. Und auch selber beschriften, versteht sich. Ich kann euch das daher mal eben. Könnte ich euch daher mal eben zeigen. Ich folge es ja gleich schon quasi um. Bin ja jetzt hier gleich bei Fels 6. Hier so quasi. Den dreh ich mal eben um hier. Dann können wir das Schneidwerk hier anbanden. Ja, bevor ich das mache, machen wir das andere. So, pass mal auf. So. So. Abhängen können wir ja schon mal so. Den machen wir eben aus, so. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, nehmen wir mal. Hier ist ja egal. Optimus Prime. Optimus Prime. Mieten wir einfach mal. Ach, ich habe nicht genug Geld. Scheiße. Was? Zu mieten nicht? Holla, die Waldfee. Gucken wir einfach mal hier. Ist ja egal. Mieten. Ja. Er hat hier oben auch das Dingsgebumsen. So, jetzt pass auf. Gehen wir zurück. Da rein. Musste einsteigen, gell? Und dann, äh, war die, war der, achso, nee. Alt L. So. Alt L drücken. So, dann ist hier Sichtbarkeit. Unsichtbar sichtbar. Farbwahl für die Zeichen. Ich sage jetzt mal hier. Fs. Ms. Ähm. Pff. H. Oh, nee. Das geht so nicht. H. Mh. 456. Halt. H. 456. Es könnte aber nur eine bestimmte Anzahl an. D ist klar, Farbwahl für den Hintergrund weiß. So, machst du so. Guck, jetzt hast du das da oben drauf. Kannst, nein, kannst auch noch anders machen. Jetzt pass auf. Rot-Kurzzulassung. Dann machen wir einmal, na, wo ist sie? Raute. Un, nein, machen wir Großbuchstaben. Un für Unna. TÜV-Stempel oder was das da ist? Ne, das ist falsch. Das Sternchen ist es so. Großbuchstaben. YZ45. Ja, wisst ihr. So zum Beispiel. Also da kann man einiges machen. Oder eben auch grün fürs... Ne, dafür. So, jetzt kommt der wieder weg. Das wollte ich euch noch eben kurz gezeigt haben. Aber gibt es schon länger auf, auf Mod-Hub. Rett und zurückgeben. Yes, weg ist er. Und ich habe wieder Minus gemacht. Ei, 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 ei. Ja gut, aber das soll es dann auch gewesen sein. Womit es dann in der nächsten Folge weitergeht, könnt ihr ja mal raten, wa? Ja, also, macht nichts, was ihr die auch machen würdet. Tschüss, Sipkowski.